Hallo und herzlich willkommen! Diese Promis zocken für den RTL-Spenden-Marathon. Ein charmanter Musiker. Ich fühle mich beobachtend. Ein textsicherer Schauspieler. Hä? Ja, an natürlich die richtige Antwort, hat aber den Gag nicht kapiert. Ein Sternekoch mit Ruhrpott-Schnauze. Geiler, feiler, ey. Und eine risikofreudige Unternehmerin. Wenn man nichts wagt, dann kann man nichts gewinnen. Don, jippie, jäh! Jede Antwort eine Investition für den guten Zweck. Wer wird Millionär? Das Prominenten-Special. Donnerstag, 20.15 Uhr.